Die Zufahrt zur Ad-Hoc-Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld ist seit Anfang dieser Woche gesperrt. Grund dafür sind umfassende Sanierungsarbeiten des Jena-Nahverkehrs an den Gleisen. Denn nach dem hochfrequentierten Baustellenverkehr zum Stadion der vergangenen Jahre wurden die Schienen und Schwellen sehr in Mitleidenschaft gezogen und müssen nun wieder instand gesetzt werden. Außerdem werden parallel dazu der Unterbau der Schienen und die Eindeckung erneuert. Nach nur fünf Tagen wird die Baumaßnahme am Freitag schon abgeschlossen sein. Wir sind sehr stolz, dass wir mit unserer Baufirma TS-Bau hier absolut im Kosten- und Zeitrahmen liegen. Wir werden noch in dieser Wochenende die Bauarbeiten so abschließen können, dass der Bahnübergang wieder eröffnet werden kann und die Straßenbahn ab Samstag wieder ihren Betrieb aufnehmen kann. Dafür den Männern von TS-Bau und allen im Nahverkehr, die daran beteiligt sind, herzlichen Dank. Teilweise haben sie Tag und Nacht dafür gearbeitet. Derzeit werden die Straßenbahnlinien 1, 4 und 5 noch über die Kalaische Straße umgeleitet. Dabei kommt es bei den Linien zu Änderungen in der Abfahrtszeit. In der Stadtroder Straße steht die Buslinie 48 als Alternative zur Verfügung. Außerdem reagiert der Jena-Nahverkehr auch auf einen derzeit sehr hohen Krankenstand von fast 25 Prozent beim Fahrpersonal mit einigen Ausfällen und Änderungen in den Fahrplänen. Damit wir nicht tagesaktuell immer wieder überraschend Fahrten ausfallen lassen müssen, haben wir uns zu dem schweren Schritt entschieden, in dieser Woche einige wenige Buslinien komplett einzustellen, Takte zu dehnen, sodass das Angebot, was wir jetzt vorhalten, stabil gewährleistet werden kann. Und das ist uns gelungen. Diese Ausfälle und Änderungen im Fahrbetrieb werden bis voraussichtlich Freitag bestehen bleiben. Auf www.stadtwerke-jena.de-nahverkehr finden Sie alle genaueren Informationen zu den Baumaßnahmen sowie zu den Ausfällen und Änderungen der Fahrpläne.